Hohwitzer Rennen! In die Richtung musst du, in die Richtung! In die... In die, nicht in die! Da ist die Wand, Junge, da ist die... Wand! Heyho Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde der Hero-File. Und mit dabei ist hier der Stili. Hallihallo! Und wir haben jetzt ausgemacht, dass in der ersten Runde ich hier bin. Und in der zweiten Runde ist es der kleine Steakopf-Indianer. Deswegen geht es hier gleich mal ab. Mit einem kleinen Kill. Und zwar diesen... Und zwar dieses... Dieser kleine Voxes. Muss sterben, habe ich mir rausgepickt. Aus der Menschenmenge. Und der stimmt ja auch noch! Oh, das ist ein armer Junge. Versucht sich da irgendwie zu wehren. Das ist ja ganz übel. Du? Du auch? Ja, du willst auch sterben? Oh, ja, okay. Dann tue ich dir den Gefallen. Du auch. Schön sterben. Oh, hier liegt ja die Schad, stimmt. Ja, du haut erstmal auch nicht rein. Oh Mann. Ja, du auch. Geh du Kacken. Ja, geh du schön Kacken. Geh du schön Kacken. So. Ja, mache ruhig mal, Alter. So, du auch. Oh, ein Hund. Oh Gott, was ist? Ich hatte es nicht gehört. Er hat dich gefragt, wie du ihn gekillt hast. Ach so, ja, weil ich bollte. Nein. Hallo. Oh, das bist du. Sorry. Ich muss dich killen, ja? Ja, komm, Alter. Ich hätte dich auch mal schon. Okay. Ah. Du darfst dich Schad reinlegen. Alter, aber nur, weil du so ein kleiner Minibube bist. Ich kann nicht mal rennen. Warum kannst du nicht mehr rennen? Oh, jetzt freig ich mich runter oder was wegen dem? Ja. Verarschung oder was? Warum leckt der so Ruppen? Es gibt es ja nicht. Oh. Oh, scheiße, ich bin nur ein halbes Herz. Lol. Oh Gott, ey. Man muss erst mal hier Stopp machen, hier. Das habe ich noch nicht mal so ein... Ja, das können wir nicht einfach, wenn ich denn die Schad habe. Sonst wäre es mir so... Lol, hier geht einer drauf. Lol. Wieder geht einer drauf? Nein, da hat sich halt gar nicht so geschnitten. Lol. Oh, fuck, Alter. So, so schmierig. Ah, okay, ja. Ganz ruhig. So. Oh, das... Der stirbt auch. Wow. Was er da veranstalten will. Oh, da ist reingestellt. Der ist tot. Der ist tot, Junge. Der ist tot. Oh man, es leben ja noch übelst viele. So, da bin ich wieder da. Oh, da ist ja die Schad. Hi. Schadträger. Meine Eldies. Deine Eldies. Ja, nerven. So. Oh, 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 oh. Der versucht hier mich zu killen. Ja, wo sind die denn? Ach, die sind noch unten am... So was ist echt unverständlich, mich killen zu wollen. Ich habe dir nichts getan. Die wollen mich killen. Das gibt es doch nicht. Wo sind die denn? So. Gott. Oh, Dr. Diamond. Oh, ich habe noch... Oh, ne, doch nicht. Jetzt deal, jetzt reicht's mehr. Sorry, Dele. Mann, ich habe keinen Bock mehr auf dich zu schreißen, ey. Sorry, Dele. Ja, ist egal. Oh, nur noch einer lebt. Okay. Bis der ist, weil den anderen kriegen können. Sorry. Deal. Prost. Ja, dafür werde ich dann nicht auch einfach Eiskalt killen. Ne? Ja. Dann im Moment, wo du es nie denkst, dann denkst du so, oh, ein Bock. Ein Bock, äh, ein Bock ist da am Start, ey. Hier ist doch der. Wo ist der jetzt schon wieder? Come. Wahrscheinlich im Turm wieder. To the hero boy. Scheiße. Ich schluss, Mann. Wo weiß. Ich weiß nicht, was die Mann. To the hero boy. Neliko, you are evil. Der beleidigt mich. I can't. I'm scared. Oh. Okay. Wenn du das meinst, dann kann ich jetzt auch nichts dafür da. Lol. Okay. Oh, da oben ist er ja. Oh, ja. Wo ist er denn? Aller dumm. Oh, ne. Ja, kommt von unten. Kommt von unten. Warte, 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 warte. Ich will noch mit der Flederboss Bombe jagen. So. Oh, ja. Hier noch anstrengen willst du dich. Komm. Gestraved. Ich drehe mich hier um dich. Jetzt kriege ich noch einen Schlag. Blending. Ah. Ich bin noch nicht getroffen, Leute. Blind. Mich ist getroffen, Leute. Jetzt mach ich schnell den Prozess. Boom. Uuuh. 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 Gigi. Bubu. G, G. Sieht's doch niemand mehr. Aber egal. Okay, Leute. Das war's in der ersten Runde. Die Hero Boy. Und. Ich hatte euch gefallen kurz. Und in der nächsten Runde wird Steely der Hero Boy sein. Also, freu dich auf etwas. Julian, ich werde der Box sein und werde er alle meine Hüsche vernichten. Nein, 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 nein. Ja, das ist korrekt. Das wird so sein. Okay. Und dann bis zur nächsten Runde. Bis gleich, Leute. Tschüssi. Tschüssi. So. Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde der Hero Boy. Und mit dabei ist wieder... Ah, ne. Stimmt's? In der nächsten Runde haben wir ja gedacht, dass der Steely mal hier Hero Boy nimmt. Und das ist auch geschehen. Das Steely ist nämlich Hero Boy. Mario. Der Mario. Nee. Oh, fuck, die sind besser, die Leute hier. Oh, 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 der kommt da an. Wow, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Stimmt, du Wichschen, ja. Ah, er ist hier. Dinger Brain. Nein. Ihr Wichser. Und ich hab hier, ähm, ein Texture Pack. Müsst ihr euch mal geben. Das ist so ein spezielles Hero Boy Pack. Hab ich mir aus dem Internet rausgezogen. Also muss ich echt sagen, das Texture Pack ist richtig übel geil. Und das ist richtig edel. Guck dir das mal an. Hier, der Knopf. Oh, wie der episch aussieht, ey. Knopfartig. Oh, Steel. Du killst ja schon mal einige Leute hier, Steel. Oh, das, das sieht schon mal gut aus für dich. Steel, da muss ich sagen. Ja. Da muss ich sagen, weglassen. Oh, mein Gott. Steel, wo, wo treibst du dich rum? Oh, oh, da seh ich einen, der Schaden kriegt. Ich muss killen. Du musst killen. Oh, der hat sich da gegeben, hab ich gesehen. Oh, oh, oh. Das ist das Ende für dich, Steel. Oh. Oh, nein. Oh, ich hab kein Gift abgekriegt. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Oh, nein. Einer wurde gekillt. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Lass mich hier wieder bei mir. Lass mich. Oh. Stiege weg. Stiege weg von mir. Ja, du bist so scheiße. Keiner Witzkind. Das ist nur okay, das bist du nicht. Schattest, Freund. Willst du mich nicht vernichten? Oh, guck mal, ich gucke mal, die Schade ist. Oh, der ist ja nicht so eine. Da ist kein roter Strich. Oh. Oh, da geht... Fuck, ich kann noch leben. Okay, ich spekuliere jetzt, wo die Schade ist. Ich werde jetzt einfach mal... Ich trenne jetzt einfach den Idioten hinterher. Okay, los, 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 los. Oh, Steel. Okay, ist der wieder alle? Was geht mit dir ab, Junge? Oh, der wird vernichtet. Renn, Hovitzer, renn. Hovitzer, renn. In die Richtung musst du. In die Richtung. In die... In die... Nicht in die. Da ist die Wand, Junge. Da ist die... Wand. Und... He... He... Ah, gut. Ist das die erste Schade? Ne, die zweite dann. He, he. Aua. Gib mir einen Hit. Push mich. Ab, ich schade. Push mich. Push mich. Ich muss die anderen suchen. Wo sind denn die anderen? Oh, ausbauen bestimmt. He, he, he. Oh, keine Bock mehr. Oh, Mann. Oh, der Hund. Oh, das geht gar nicht. Ja, Hund ist tot. Hier ist noch ein Hund. Oh, da sieht schon aggressiv aus. Oh, ist der aggressiv. Oh, ist der aggressiv. Ich renne jetzt zum Schwadingens Enchantmentable und werde sie... Und noch ein Hund. Lebt noch einer. Ist geprunt. Trolll PS4 jogo es ... Ich kille erst alle und dann kenne ich dich. Das heißt, ich muss noch diesen einen anderen finden. Dann fange ich erst auf dich. Ich würde sagen Troll. Okay, dann kille erst mit einen anderen. Lululululululululululululu'llululululululululululul здоров. Der Opernsänger. Oh, ja. Das andere Schweinsgesicht versteckt sich wieder. Schweinsgesicht? Süßgesicht. Das ist geend. Oh, eine Schale hat gespawnet. Gott ist... Ach, Mann, ich finde nur dich. Ich renne jetzt mal. Ich gucke. Ich habe die Gegner gesehen. Ja, Gegner. Ich schaue jetzt mal, wo die Schale ist. Du Hirsch. Und vernichte dich, du kleine Piste. Ja, du kannst nichts mehr machen. Die Schale ist behind you, Juni. Ja, Mann, Süßi. Ja, Mann, Süßi. Du, du, du. Oh, ist der süß. Nein, hier ist er gar nicht drin. Er wurde gekillt. Oh, ist der süß. Äh, ich weiß nicht, wo die Schale ist. Bloss. Schade ist in der Haus. Maul. Oh, Gott, nein. Deledo. Du kleiner... Ah. Deledo. Oh, ich habe noch ein halbes Herz. Kommt, noch ein halbes Herz. Hoba. ok leute das war schon von dieser runde in der ersten runde habe ich hier alle gekillt und vernichtet in der zweiten runde hat er alle gekillt und vernichtet das ist da sie dir einfach mal skill also so muss man spielen und ich will die ganzen idioten weil ich spiele auf die bahn also wie zusammen oder so und dann nach einer halben minute steht einfach mal das juke gestorben ist es ist einfach nur ist einfach nur die haben einfach kein skill die leute und sowas hasse ich und also ja gut bis ins geschehen und wo und ihr seht ihr habt wurde auch das premium launch wird hier verändert hier ist die wahl hier survival game von meinem will und arcade ist wieder noch ausgepackt da ist mario und stil macht bald neuen kanal erzähl mal kurz der sag mal kurz diese ja genau also der kanal der wird bald geöffnet wird auch viele games von dir kommen also survival gegen zielo brian vielleicht auch mcpvp wie ihr ja wisst ist meine aufnahme kapazität beziehungsweise meine fbz anzahlen ist gerade die stärkste deswegen werde ich noch schauen ob ich das aufnehmen weil es kann man ganz schlecht aufnehmen was wird noch alles kommen ja mein sie wird auf jeden fall aber das ist eine gute Idee in blünster dummheiten zu mir alles mögliche dies dafür was anders spaß er noch das war und burs Mal schon reich den nutzen wir also auch raus den werde und nahrer wird es auf jeden Fall wahrscheinlich auf Steel & Malik Placen Kanal ein Infovideo geben, wieso ich auch das jetzt, wieso ich mir einen neuen Kanal mache und dort und das will ich jetzt nicht alles erklären, weil ja, ich will nicht morgen hier sitzen genau Leute das war es schon von diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann könnt ihr eine positive Bewertung klar lassen also dieser Idiot hier ist jetzt mal der Push also der Bewertungsbutton, dann drückt ihr einfach hier so, schlagt einfach auf den drauf richtig soll in die Fresse reinschlagen, den Buben richtig, bumm und so weiter, kennt ihr ja und der Steel verabschiedet sich aus dem Tag also er ist ein Bock und deswegen nimmt auch den Kid Bock, dauernd also in Hunger Games und so und ja, bis zum nächsten Video und dann verabschiede ich mich, bis zum nächsten Video Ciao Leute, Tschüss Eli ihr Schweine, äh, ihr guten Tschüss Tschüss Eli